1 aufhalten 1 aufhalten jetzt drauf wir machen mal eine Gruppe wir haben wahrscheinlich auch eins ich bin level 4 Leute kannst du Heli kaufen ja ich kauf mir jetzt auch ein Heli Clubs ich lad euch mal ein Lantan in Weid in Porn gestohlen in US hab ich in Weid Jo was hat ich hier die ich bin bei euch drin muss kurz ja dann get out soll das halt irgendwelche anderen Ups nehmen irgendein Scope ok schießt halt rum scheiße hier ist doch man kann doch Ziel killen Maschinen-Gunner-Launcher-Engine Maschinen-Gunner-Launcher-Engine ist jetzt zu sein aber fertig mein Lenker unklemmt fliegen wir mit dem mit fliegen wir mit dem mit fliegt ja einer fliegt ja einer ja er fliegt ja einer mal mit fliegen ich bin tot ich bin tot ich hatte kein Fallschirm ich auch nicht das ist offen das ist ein Spawn-Truck bei dem kann man dann spawnen ich bin hinten drin Leute rein damit fahr fahr ich bin rausgefahren fahr 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 schneller nach rechts ihr müsst schon vorne einsteigen Leute what the fuck guck mal wie wir da hinten fliegen schwebt und Kira müssen wir hin Ey lassen wir es mal sehen Ein 회inarzk K3 Alter ist doch ein Mikrofonscheiße da drin Leute wir haben ein Marshal vor uns das Panzer Gucke mal da ist ein Panzer Ich überfahre dir Der überfährt uns Das ist doch kein Panzer Doch Das ist ein gepanzerter Truppentransporter Denk kann auf Panzer, aber ein guter Panzer Alter, du hörst dich an wie darf, Alter WTF? Nice Kirill, gutes Auto auf jeden Fall Incoming Missile Incoming Missile Ich bin tot Nice Kirill, gutes Auto Was geht denn ab? Ach so Weißt du, was uns gekillt hat? Kampobeschrauber Gibt's hier Helis? Mhm Welche da drinne? Ja Ja, kein ist drin Oha Ja Was sagt der? Ey, warte eh gleich sterben Gleich kommt die nächste Rakete DUPID TAGET DUPID TAGET Oh, ich hör schon die Explosion, Alter DUPID TAGET Viel Spaß Alter Alter Was sagt der? Der ist einfach Ey, ich bin einfach sprachlos Das sage ich kann einfach gar nichts Ich bin einfach sprachlos Let me fly Let me fly Let me fly Let me fly Nein, du steigst schon aus Ich bin sprachlos Ich bin sprachlos Wartan, klick du Go away, let me fly Let me fly Can I fly please? Jetzt, jetzt, jetzt Jetzt, jemandan Nehm Pilot, nehm Pilot Okay Jetzt ist es gut Bist du Pilot? Ja, ich bin Pilot Jetzt wird geflogen Ey, wie hat der alles kaputt bekommen? Wie? Es ist alles kaputt Es ist alles kaputt Wo soll ich euch abholen? Egal, 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 komm Soll ich euch abholen? Komm Ey, wie hat der alles kaputt bekommen, bitte? Habe ich ein Fernglas? Ja Guck mal diese Bunker Ist der tot? Von wem, von wem, von wem? Äh Bei Claycornpack Ich revive dich, warte Knock up Wow Pass an, jetzt zu mir Kann sein, dass die dich von unten gekillt haben Und durch diese Lücke da durchgeschossen haben Danke Dann muss ich nochmal heilen, aber Da ist einer, da ist einer runtergespielt vom Chopper Ja, da beim Helikopter sind viele Ah, da wurde jemand gesniped von uns Da ist der Ding, weil ich... Ich wurde tot Ich wurde gesniped Ja, ich wurde gesniped Ich weiß nicht von wo Warte, bleib einfach liegen Ich weiß von wo, ich weiß von wo Turm 3, Turm 3, Turm 3 Ne, da sind unsere, da sind unsere Kann mich einer healen? Dann der, dann der eine Turm höher gelegen Der eine Turm höher gelegen Von mir 12 Grad Von mir 12 Grad Von mir 12 Grad Ey, 12 Uhr Vorsichtig, 12 Uhr 12 Uhr vor mir Wo ist denn das? Welcher Turm? Hä? 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 Du willst mich verarschen Bist du runtergefallen? Willst mich verarschen? Ey, Dennis unter uns sind glaube ich Gegner Der ist ja unter uns gefallen Ja, unter uns der Gegner Der ist wie fickt immer einfach durch diese Walle Wie gemacht Okay, ähm, Dennis Ja? Wir brauchen jetzt ganz viele Smogs Ich hab noch eine Smog Soll ich auch umgehen? Ich hab nur eine weiße Haro-Kranate Okay, Jonathan 2 Komm wieder hoch Ah, richtiger Runde, Alter Ey, ich komm doch, ich komm doch Ja, wo bist du? Ich hab Mord geklaut Aha Mal gucken wie weit du kommst Welche ich lock mich hier gar nicht Die fick dich, das sind Stromleitungen Auf mich wird Ne, über uns ist das Der schießt auch runter Oh, mit einem MG würd ich jetzt auch gern hier sein, Alter AG Ich glaub ich nimm mal das Medic Perk mit Dann hab ich immer diese Teile Zum Reviven Erstmal wieder hoch gehen Dann können die Schlimmer von Den Berg da rausschießen Die sind nämlich aus dem Berg da Die sind nämlich aus dem Berg da Ballern die auf uns Das ist das Spiel in unserem Turmencampen Einfach von Punkt her Einfach so Oh man, hatte ich gerade Glück Hehehe Hehehe Einschreiben Dann kannst du, du kannst schon das Ab, äh, Dingsen, ne? Abschließen Ja gut, hab gelockt Äh, LOL Du willst mich eigentlich verarschen, Alter Was passiert? Was ist falsch mit diesem Server? Ohne Mist, Alter Ist rausgesprungen Was passiert? Ist rausgesprungen, hat gelockt Und ist ja auf dem eigenen Autoschlor verantworten Oh mein Gott Ich bin nicht mal rausgesprungen Ja klar, du bist mir rausgesprungen Ja, ey, ich weiß Ich war noch einmal draußen Aber ich bin nicht mehr rausgesprungen Nimm mal ein Maschinengewehr mit Ich hab mir jetzt das, äh Alter, guck Das ist ein Vollidiot Der hat's Der kann sich Einen fucking Kampfhubschrauber leisten Er kann sich einen Kampfhubschrauber leisten Mach auch noch ein Kampfhubschrauber Fliegt aber gegen Fliegt aber gegen Fliegt aber gegen Ein Post, weiß Richtiger Hund Ey, Jungs Guck mal das an Warte, Jungs, bleib mal stehen Guck mal dritte Ansicht Warte, bleib mal stehen Guck mal dritte Ansicht Guck mal dritte Ansicht Da steh ich doch Dennis stellt sich auch hier drücken Ja, Jungs, bleib mal stehen Jungs Ja, es wird gut fahren Bleib mal stehen Ja, dann guck mal dritte Person Na lol So, ich setz mich rein Und versteck mich Wie kann ich jetzt die mal hinten Jetzt kriegst du den Jungs Ja Sonst krieg ich Headshot halt Jawohl Okay Okay Bei mir sind grad die Räder weg gewesen Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Mauer Kannst du mal fahren Nein Ich geh mal vor Ey Dein Ernst? Du fährst nicht Ich fahre Du fährst nicht mehr Keiner von euch fährt Ich fahr Ich fahr Ey Digga ihr seid ja schlau Oh mein Gott Oh mein Gott Komm, kauf mir ein Fahrzeug Ne, ich kauf mir jetzt einen fucking Helikopter Ich hab nur 100 Toner Ich hab nur 100 Toner Oh mein Gott Oh mein Gott Was ein Hurensohn Was denn? Was ein Hurensohn Wer denn? Der ist rausgesprungen Alter Der ist rausgesprungen Der ist rausgesprungen Der ist kein Fallschirm Der ist kein Fallschirm Der ist einfach rausgesprungen Alter Der ist einfach rausgesprungen Mit der 5 Sekunden länger dring gewesen Werd er nochmal gelandet Der Wichser Der wichser Mit der 4 Genau Der ist einfach mein Daniel Der ist einfach mein Daniel Ich hab mein Gene Ich hab mein Gene Ich bin tot Kann mich jemand zusmogen und healen? Um oben Glaubt nicht Loch auf dem Turm Ich versuchte dich zu healen Ich hab ja einen Am Turm Heal ihn Heal ihn Ja hier halt Lass mich eins machen Warte Gib mir das jetzt Das hab ich bekommen Aua Aua Erf mich Ganz kurz Ganz kurz Machen wir nochmal Eins Jetzt Martin du bist da Jetzt Was soll ich gekochen? Meine Beine Ich hab einen am Turm gekillt Ich hab einen am Turm gekillt